Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen in einem neuen Video auf meinem Kanal. Ein kleines Video, bevor das richtige Video losgeht. Und zwar würde ich was sagen. Eigentlich wollte ich ein kleines 1-1 machen gegen Nick, aber wir haben uns dazu entschieden, einen Kill-Duelz zu machen. Best of 3 mit Sniper. Aber die Runden sind doch nicht so geil geworden, weil wir da auf der Free-Bug-Connection hatten. Und dann haben wir vor der Runde noch eine Runde gespielt, weil Nick keine Ballista frei hatte. Und das ist jetzt der Grund, warum ich das Video jetzt hier aufnehme. Weil das eine richtig geile Runde war. Mit einer guten Streak. Aber habe ich nur klar geschafft? Ja oder nein? Werdet ihr sehen. Und ja, ich will noch nicht viel reden. Warum jetzt leider kein Video kommt, werde ich morgens sagen in einem neuen Video. Und ich will sagen, wenn das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Tschüssi. Und wie soll das Video am Ende jetzt nennen? Ein 101 gegen den 7 Nick. 11, 10, 9, 8. Yo, was gelohntet? Erstmal, direkt ein Versprechen am Anfang. Egal, yo, was gelohntet? Jetzt kommen wir zu einem neuen Video. Direkt 5 Versprechen am Anfang. Jetzt ist ein neues Video. Ich lege auf Wurensohn, Alter. Ein kleines 101 gegen Nick. Ähm, Snipen. Oh mein Gott. Einfach mal so, Spaß. Ich hoffe, du verlierst. Oh, das fühlt sich so komisch an. Fühlt sich so komisch. Hä? Ja, hm. Hex und Hex. Stop. Bei Black Ops 3 geht das. Los! Ja! Was? Alles klar. Locker Hotscope. Nein, Quickscope. Junge! Mit dem Ding zu schneiden ist es das leichteste aller Zeiten. Junge, ich rast's klar aus, ne? Was? Du bist so schlecht, Alter. Alter, Junge, du gehst mir so auf den Sack. Lappen. Lappen. Ey, das ist ja keine Rede. Nein, lass einfach neben Online-Kill-Duell. Hey, die Runde war doch schön, Nick. Du hast doch schön kassiert. Oh, Mann. Hast du nur bis 29 eingestellt? Hä, bis 30? Du hast aber nur 29 Killed. Ja, gut. Loll. Bitte, ey. Nice, Hotscope. Tee ist lecker. Guck. Lecker, Tee. Wie kannst du nur dauerhaft Tee trinken, Alter? Hä, ich bin jetzt ein gesunder Mensch, Junge. Ah, wahrscheinlich. Ist so. Dann dürftest du ja nicht mehr mehr zocken. Hey, warum? Zocken ist gesund. Da schwitzt man. Wahrscheinlich. Kannst du all die chemikalischen Stoffe, die ich täglich zu mir nehmen, äh, zu mir nehmen, zu mir nehmen. Keine Ahnung. Kannst du einfach weg. Einfach weg. Die kann ich einfach weg. Ach, ich snipe. Nicht wegmachen, die kann ich einfach weg. Kann ich einfach weg. Ey, das ist doch unfair, dass man hier gegen Goldspieler und Platinspieler spielen muss, ey. Ne, 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 ist ein Schuss fair. Alles klar. Du fälles Kind, das ist genauso schlecht wie Nick, Norm Hotskopen. Alter. Okay, ich hab bald ist da. Warte, ich muss grad aufräumen. Ja, wir hätten da noch rausgehen sollen, ne. Da kommt es einfach nur schlecht. Wohl den. Hat er mir angehittet, der is weak. That's fuck. Ja, und der hat mich angehittet. Der hat Kledruel gemacht, der teammate. Oh mein Gott, ich war auf Warbird. Das kann das Whoop, Double C4. Ohne das Whoop. Aber mit dem C4. Ich bin einfach ein Gott. Ich bin einfach ein Gott. No, der hättet ihr. Der hab ich nicht gesehen. Wo ist der? Der spielt auf dem Link unauffällig, oder wie das heißt hier. Nein! Alles klar. Ich geh beide in zwei. Oh mein Gott, die Tür ist auf. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wo die Gegner kommen. Ich bin nicht. Ich hab Obit. Alter. Diese Wache ist auch voll unzufriedlich. Unzufriedlich. Ist er tot? Ja. Okay. Ne, ich lass nur kurz kurz. Ich bin kurz. Ich bin gerade auf Nuklearstreak. Hab ich da nur Orbi? Hab ich da nur Quatsch gerade sagen? Unnachgiebig. Fakt mal. Drei Stunden zum Kills zusammen. Jürgen. Team, ich verpüß dich. Nein, ich bin doch brutal. Junge, nein, ich bin doch brutal, Alter. So ein Kack. Ich bin auf 26er, Spiel zu Ende. Wie du mit den Kich klaut hast. Junge. 26er, Spiel zu Ende. Du bist dran. Ding, ich hab gerade, ich war so gut, ich hab's getriggert, wie zum Gott. Alter, ich hab's so vergewaltigt. Oh mein Gott.